Mein Name ist Juliane Arnold. Vor mehr als 20 Jahren bin ich mit meiner Familie und meiner Goldschmiede Bergstadt nach Köln-Ehrenfeld gezogen. Uns gefällt das offene und lebendige Treiben in diesem Stadtviertel sehr. Die Kunstroute Ehrenfeld gibt mir die Möglichkeit, mich an diesem öffentlichen Leben zu beteiligen und meine Arbeiten zu präsentieren. Da es dieses Jahr leider nicht möglich ist, die Kunstroute zu begehen, wünsche ich Ihnen viel Freude beim Betrachten der von den Ateliers eingestellten Videos und Fotos. In der Hoffnung, dass das Leben bald wieder zu seinem gewohnten Gang zurückfindet, sehen wir uns vielleicht bei der nächsten Kunstroute Ehrenfeld. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bedanken für die tolle Arbeit, die das Organisationsteam der Kunstroute Ehrenfeld leistet und in dieser schwierigen Zeit neue Wege beschreitet, um den Künstlern eine Plattform zu bieten, auf der sie ihre Arbeiten vorstellen können. Bleiben Sie gesund! Juliane Arnold Untertitelung des ZDF, 2020